Freiheit für alle politische Gefangene im Iran! Demokratie, Freiheit! Demokratie, Freiheit! Demokratie, Freiheit! Demokratie, Freiheit! Weg, weg, weg! Die Bulabusem weg! Weg, weg, weg! Und der Anwalt hat gesagt, wir haben noch gar kein gesetzliches Dokument bekommen und alles ist Statement, politische Statements. Und auch der Anwalt hat gesagt, ich bin irgendwie fassungslos, ich weiß nicht, auf Deutsch. Wieso haben wir noch einmal über den Mord von Frau Ashtyanis Mann gesprochen? Weil das ist ein geschlossenes Thema. Frauen, die gesteinigt werden sollen. Und wenn man das liest, das ist irgendwie... Die Kinder haben Angst und haben auch gesagt, heute ist Ramadan vorbei im Iran und jeden Tag kann es so weit sein. Und Sajjot hat mit mir auch gesprochen und sagte, ab heute, wenn Telefon klingelt, ich denke immer wieder, das ist die Nachricht, meine Mutter wurde schon hingerichtet. Birke Zeit Paikos! 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 Maalas Régime! Mein Gott!